servus und hallo heute machen wir wieder ein herausforderungsvideo und ich zeige euch wie es geht wie es funktioniert und dann gehen wir in die runde let's go so meine freunde jetzt bin ich in der runden dem ist ganz sind dahinter tuns der main die fliege und da ist diese dress track und eben damit plus hieftel eigentlich sagt sich jetzt einmal und da ist wer die goldene münzen und ex sammelt hat die ist da drauf aber bei separat der münzen video das kind sich anschauen dann 6 wo die anderen münzen sie alle befinden aber diesmal ist die goldene münze eben dort dabei zu uns der einfachsten aufgaben und eben dass der wolverine aufgabe dass sie den wolverine auf freischalten kind und hinten ist eine rift dann kannst du wieder weiter genau finde einen trans transporter und das haben wir in dem fall und da haben wir den leiten freigeschalten und da ist die goldene münze wenn euch das video gefallen hat los ist ein like da abonniert den kanal aktiviert die glocke dass nichts versandt also euch erkennt mit sie servus